So, hallo Leute, ja, jetzt kurz bin ich davor, einen neuen PC zu kaufen und ja, leider muss momentan Fraps recht starke Framedrops haben, also so richtig, dass es runter geht plötzlich auf 15 FPS und dann auf 1, 2 oder 3 FPS und dann bleibt es so, also es hat wirklich gar nichts mit Framerate zu tun. Es hat irgendwas, ist Fraps momentan schlecht, also es irgendwie geht Fraps nicht, so wie ich es gerne hätte und das kann ich nicht mehr so gut aufnehmen. Jetzt habe ich nochmals kurz einen Framedrop gegeben, obwohl ich hier im Hauptmenü von Minecraft bin, also jetzt habe ich zum Beispiel zwei FPS, ein FPS, ja, irgendwie ist Fraps bei mir kaputt und ohne Fraps Aufnahme habe ich eigentlich fast 90 FPS, also irgendwas ist hier kaputt, ich weiß jetzt nicht, was es ist und deshalb, bis ich den neuen PC habe, den habe ich dann schnell, wenn ich es endlich bezahlen kann und ja, momentan ist es einfach so, ich kann mein Geld nicht einfach in so großen Mengen ausgeben, weil ich eine, ja, Hilfe habe. Diese Hilfe unterbietet mir mehr als 200 Euro pro Tag auszugeben oder pro Woche und deshalb, ja, eben wegen meinen Krankheiten und ja, einfach weil ich momentan nicht so der motivierte Junge bin, denn andere sind und deshalb auch ein bisschen Probleme habe mit den Videos und so, sie richtig motiviert zu machen und so und aber, eben, Dankeschön, dass ihr mich jetzt dieses Jahr wenigstens nicht so runter macht, weil letztes war, ja, vorletztes Jahr war es, was schon ein bisschen schlimmer war. Ich weiß, ich bin ein Schweizer, ich kann nicht so gut Hochdeutsch, ähm, ich bin eben manchmal nicht so motiviert, ich rede halt nicht so extrem wie ein ausgebildeter Let's Player sozusagen, als einer, der schon Erfahrung hat und halt auch motiviert spricht und so und weil ich halt auch sehr viel Sport mache, sehr viel trainiere, bin ich eigentlich so der, ähm, der Fiteste während den Aufnahmen und so weiter, aber, ähm, ich gebe mein Bestes und ich gebe ja auch die Öffentlichkeit und so und was die meisten, ja, leider nicht so wissen, da ich noch nicht so aktiv in, äh, in öffentlichen Websites, also so Facebook und Twitch bin und so und, ähm, Twitter, ähm, in meinem Kanal, in meinem Kanal sind die Kommentare, da schreibe ich es mal rein, weil irgendwie hat YouTube die öffentlichen Kommentare einfach weggemacht, oder, dass man einfach nicht mehr öffentlich den Leuten etwas sagen kann. Ich finde auch, YouTube braucht zu lange zum Hochladen jetzt, zum Verarbeiten, es ist halt nicht so, ja, momentan ist YouTube halt noch nicht mehr so ganz gut und das macht mir ein bisschen Mühe und deshalb, ja, aber dafür, ähm, die Videos sind öffentlich, ihr dürft Verbesserungswünsche schreiben, ihr dürft euch etwas wünschen, was sollen die Videos kommen, alles mögliche, ich bin total offen und wenn ihr etwas erfahren über, also mir, über mich erfahren wollt oder so, schaut kurz in die Kanalkommentare, da steht eigentlich alles und, ja, wenn ich dann ein bisschen, ähm, erfolgreicher bin oder einfach, ja, ein bisschen bei den Fans öffentlicher bin, dann kann ich auch mit Twitch, äh, Twitter oder so die Sachen schreiben, aber wenn niemand mich folgt bei Twitter, ähm, kann ich das leider nicht. So, ja, das war's von mir, ähm, eventuell weniger Videos oder, ähm, fast keine Videos, also vom Server werde ich ein bisschen Videos machen können vielleicht, wenn gerade Fraps halt gut drauf ist, ähm, sonst muss ich mal schauen, was ich noch let's playen kann, was es momentan geht, ohne die Frame Drops und, ja, dann sehen wir uns sicherlich, ähm, wenn der neue PC da ist, öfters wieder und, ja, ich bin mal gespannt, also Dankeschön für die vielen Fans und, ja, für die mittlerweile 332 Abonnenten, Dankeschön, auch wenn's für manche wenig ist, für mich ist es sehr viel und dafür bin ich dankbar und, ja, das war eigentlich alles und, ähm, kleine News und so, ähm, in den Kommentaren, sonst unter ein paar Videos und, ja, also schönen Tag noch oder Abend oder was gerade ist und auf Wiedersehen. Tschüss!